um sie hat sich kommt so neun ist nicht zwei wieder bei mir und heute zeige ich im hintergrund wie ein exklusives emblem bekommen könnt aus dem raid das ein kleines geheimnis mit sich bringt wenn ihr den weg folgt den ich euch gerade im hintergrund zeige kommt ihr zu einem raum wo ihr ihr verschiedene zeichen an der wand sieht wenn ihr drauf schießt und wenn ihr dann eine kombination schießt und dann auf die mittlere plattform rauf geht erfüllt der raid also raven euch einen wunsch hierbei gibt es verschiedene wünsche dass sie zum beispiel paul mccartney song die ganze zeit spielen habt nacheinander oder dass sie zum beispiel zu verschiedenen abschnitten die teleportiert werde dass ihr von hier aus von dem raum direkt gleich zum ober zum beispiel teleportiert werdet und so weiter ebenfalls glaube ich gibt es noch einen wunsch wo man eben verschiedene ja sounds hat wenn wir zum beispiel mit dem headshot den gegner tötet dann kommt sein party sound so ein und so weiter und jedenfalls zeige ich euch im hintergrund ja wie ihr ein spezielles emblem bekommen könnt das eben nur von dieser wand bekommt mit folgendem code im hintergrund seht ihr das jetzt das ist dreimal der fisch der waagrecht schwimmt auf der ersten reihe dann zweimal das unendlich zeichen mit der schlange dann auf der dritten ja reihe gibt es den drachen der feuerspeit und in der vierten reihe ist es der adler die gerade in den sturzflug hinunterschaut und wenn ihr das eben in diesen jahre führt karo mäßigen figur angeordnet hat und dann in die mitte darauf steht bekommt eben das exklusive emblem von diesen raid die ganzen anderen wünsche eben was sie noch bekommen können weil es sind mehrere nämlich ja und vermutlich gibt es dann noch noch geheime wünsche und so weiter dazu mache ich dann noch ein extra video eben wenn man alles herausgefunden hat so geht es was eigentlich schon wieder mit diesem kurzen video für dieses emblem das war's wieder danke und tschüss euer schau 6